Omnipro, Salentage, Polen. Das meint in eurer aller Sprache nichts anderes als Seid alle mir gegrüßt, ihr Volk von Engelbach-Tag! Und ihr seid das Volk hier mit mir! Zur Seite, Herr Kai, euer Alles! Eins! Ah, den zweiten Gefehlen, den dritten Geschwagel, Ador! Auf der ersten Position, der Kupfer aus der Fahljahr, Sobrecht Raiokuli! Kumpanei in die nächste Sitzung! Nun sind wir mal gespannt, ob die gegnerische Kumpanei besser vermag. Die Villa hat uns nicht hochgefallen, den Kumpanei besser rein. Dann reitet mir auf die Sau ab! Ah, Achtgefall! Treffer! Luftweg versperrt! Mit so viel Schwung seid ihr selbst in die Kurve gerissen! Wir haben auch den Speer verloren, das ist Fahl, dann gibt's keine Wertung dafür! So! Also hier hinten, der Herr Kai von draußen noch ein bisschen den Schinken gestreift, aber dafür gibt es keine Wertung! Jetzt aus den Rollern! Eins! Zwei! Drei Rotationen! Vier! Überhaupt noch, ob es noch eine Fünste wird! Neun! Vier! Vier Rotationen vorgelegt! Der nächste Leiter ist Ongy Roqueo de Nagorno! Wisstens, Volk von Angelbachs Saal! Ich muss für ihn jetzt nur eine Wertung, wenn er mehr Rotationen am Roland schafft! Und einmal! Wann noch bei? Überhaupt fliegen im Holzschen? Bei ihm홃? Bei ihm HERN Adaption! Mann, glaub Sie! Mann sehen uns gleich bis in den Glace! Ongy Roqueo de Nagorno Marvin, der WelchenIGN, war der Zweise! Mann, der Niveau! Jetzt wird aufgewendet, unser tosen im Jubel des Volkes. Anrecht auf den Monat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Fui! Sieben. Und, 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 die Viven Rotation ist damit. Die Viven Rotation. Den Torfus waren berührt, aber nicht vom Halter gestoßen. Somit gibt es jetzt nur noch Ehrenpunkte. Geht keine Wertung ins Turnier. Er gibt es ein, aber zeigt uns trotzdem, dass wir den Ronald stoßen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sieben. Und auf, 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 nein, ja, sie wirst nicht mehr. Sieben Rotationen und euer Jubel für Werner von Kolonkel. Und auf, auf, nein, ja, sie wirst nicht mehr.